Die Himmelsgeborenen ist der zweite Teil der neunteiligen E-Book-Reihe Der Vergessene Stamm der Sif. Nachdem wir in der ersten Geschichte am Abgrund dem Kapitän Yaru Korsin gefolgt sind, wechseln wir mit dieser Story komplett die Perspektive. Aber kommen wir zur Story an sich. Die Keshiri-Geologin Adari Val, die Witwe eines berühmten Uwek-Reiters, wird von den Herrschern des Kontinents Kesta als Ketzerin bezeichnet. Da sie mit ihren Nachforschungen über Steine, deren Meinung nach die hiesigen Götter des Planeten Kesh, die sogenannten Himmelsgeborenen, beleidigt. Während ihrer Anhörung kommt es zu einer Explosion in den Bergen und die Priester geben Adari die Schuld daran, da sie anscheinend ja die Götter beleidigt hat. In der Nacht versammeln sich die anderen Keshiri, um Adaris Haus niederzubrennen und sie zu töten. Doch es gelingt ihr, mit dem Uwek ihres toten Mannes zu entkommen und sie mit Kurs auf die Berge, wo die Explosion stattfand. Dort stößt sie auf ein riesiges, ihr unbekanntes, metallisches Etwas. Und sie entdeckt zwei Männer, die gegeneinander kämpfen und sie sieht, wie einer von ihnen den anderen in den Tod stürzen lässt. Sie nimmt zunächst Reis aus und als sie sich in der Nacht erneut dem Berg nähert, wird sie von den Wesen dort gefangen genommen. Sie beginnt mit den fremden Wesen zu kommunizieren und findet heraus, dass es sich bei ihnen größtenteils um sogenannte Menschen handelt und dass der metallene Gigant ein abgestürztes Raumschiff ist. Diese Menschen, die sich selbst als Sif bezeichnen, kommen durch Adaris Hilfe mit den anderen Keshiri in Kontakt und überzeugen sie schnell davon, dass es sich bei ihnen um die sagenhaften Himmelsgeborenen handelt. Und sie benötigen die Hilfe der Keshiri, um ihren Platz in den Sternen zurückzuerobern. Alles in allem eine sehr gute kleine Geschichte. Mit Adari Wahl wird uns ein Charakter vorgestellt, der auch später noch wichtig sein wird für diese Reihe. Und wir bekommen die Ereignisse aus der ersten Kurzgeschichte hier aus einer anderen Perspektive zu sehen, der der Eingeborenen des Planeten Kesh, wo das Raumschiff Omen schließlich abgestürzt ist. Am Ende dieser Geschichte kommt es zu einer weiteren Enthüllung. Obwohl Adari die Sif als einzige ihres Volkes bisher durchschaut, so schweigt sie doch darüber. Da Yaru Korsin, der Käpt'n des Schiffes, ihr dabei helfen will, ihre eigenen Machtfähigkeiten weiterzuentwickeln. Doch Adari weiß auch, die Sif werden mit ihrem momentanen Plan, die Keshiri auszunutzen, um ihr Schiff, die Omen zu reparieren, nicht durchkommen. Denn sie weiß, der Planet Kesh hat keine Metalle oder zumindest nicht die, die die Sif bräuchten. Folglich werden sie also sehr lange auf Kesh festsitzen müssen. Auch diese kleine Story kann ich durchaus empfehlen und ich bin gespannt auf die nächste.